Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SteamWorld Dick mit mit dem Shardhawks, ja. So, Moment, wir waren hier, genau, und ich kaufe mir Gesundheit und einen Teleporter, kaufe ich mir nicht. So, wir wollten jetzt glaube ich einfach nur, warte mal, ne, wir sind shoppen gegangen und jetzt wollten wir einfach nur wieder nach unten, schätze ich, oder? Oh, mein Gedächtnis macht mich wieder voll fertig. Eigentlich, wir waren hier drin und haben glaube ich auch alles gelöst, was hier, ja, was hier ist halt eben, ne? Ja, 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 hier waren wir schon mal. Deswegen, nein, deswegen gehen wir einfach weiter und schauen mal, ob wir dort irgendwas finden. So, guck mal, Megatonisch, nein, scheiße, ich hab kein Wasser dafür, ähm, Wasserquelle, sagen wir, ne? Hm, wo kriegen wir das wohl am besten her? Wasserquelle, schnell und einfach, easy peasy. Ah, guck mal, da bekommen wir ein bisschen Wasser, das ist schon mal schön, so. Ja, aber das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ey, guck mal, seht ihr das? Ich weiß, wo wir Wasser herkriegen. It's so obvious. So, Leute, so kommen wir an Wasser ran. That is how I do. So, äh, nein, das funktioniert so nicht, wie ich das geplant habe. Der hätte, nein, genau so, ah, ja, toll, nein. Ach, Leute, das hätte so einfach sein können, aber nein, ey, ich hab einen Fehler nach dem anderen gemacht. So, Moment, das machen wir kaputt. So, hier, saug dich mal voll. Mit dem geilen Scheiß. Oh, ja, oh, ja. Hm, oh, yeah. Oh, ich bin voll. Geil, so. Hm. So, gehen wir mal hier durch und da durch und jenes durch. Ah, okay, warum bin ich jetzt hier runtergeflogen? Da war anscheinend so ein Ding schon angebrüxelt oder so. Jawohl, so. Was wollen wir uns als nächstes? Guck mal hier. Guck mal, an diesem Block. An den Laser selber dran. Unerreichbarin. Unerreich was? Unerreichbar irgendwas. Meteoritengestein ist das. Ja, das ist schon klar, ne, dass das Meteoritengestein ist. So, Meteoritengestein ist das. Das ist schön. Das gefällt mir. Komm, give it to me. Give it to me. Yes. Geil. Oh, oh. Geh, tot. Yeah. Ah, so schön, dieses Meteoritengestein. So. Ähm. Am besten gehen wir, um das zu bekommen, gehen wir, äh. Ne, ergibt keinen Sinn. Dann ist der einfache Weg ja noch der hier. Upsala. Ah, ne, Moment. Das war das hier. Bon, 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 bon. Und kaputt. Upsala. Wieso ist das denn hier schon wieder runtergebrochen? Hm, okay. Meinetwegen. So, das will ich haben. Danke. Upsala. Hey, jedes Mal, wenn ich... Also, hier gibt es irgendwie so viele Wände, die schon angebrückelt sind oder so. Boah, guck mal, diese Psychoteile. Hallo. Hallo. Ui, ui, ui. Die machen ja direkt Boom. Ohne Vorwarnung. Na denn. Haha. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Huch. Was ist denn das für einer? Oh, guck mal hier. Oh, Leute. Geil. Ah. Jetzt wieder so viel schönen Stuff, ey, für uns. Das ist unglaublich. Ob das Spiel eigentlich wohl ein Ende hat, Leute? Ob das Spiel wohl ein Ende hat? Hallo. 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 Waa. Hi. Hallo. Ja, komm. Guck mal, ohne Vorwarnung machen die schon Boom, ey. Komm, leck mich doch. Äh. Na, so nett finde ich das nicht. Das ist gemein. Gravitonium. Oh. Unerreichbarium, ja. Boah, ich brauche eine bessere Pike. Das geht ja auf den Zeiger hier, ständig da drauf zu hauen. So. Komm, warum mache ich mir eigentlich denn hier noch hin? So. Ha, 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 ha. Das ist lustig. Hallo, Leute. Ah. Hui. Ne, tschüss. Werden Sie uns wieder. Nein, verwisst dich. Ach so. So einer ist das also. Ah, Laser. Typi. So, hier, komm. Oh. Nein. So. Unerreichbare Irgendmastium. Like always. So, die komme ich da am besten dran. So, irgendwie hier. Autsch. Ja. Komm hier. Laser. Komm hier, da oben. Da, siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Komm hier. Nein. Ach, scheiß drauf. Ich bin eigentlich, dass das Ding einfach, dass ihr kaputt macht. Hallo. Komm mal hier. Ne, ich hier oben. Das ist ja echt anstrengend. Hallo, Laser hier. Genau. Danke. Jetzt ziehe ich weiter. Jetzt ziehe ich wirklich weiter. Tschüss. So, guck mal. Hier gibt es bestimmt schönes Zeug drin. Ich sehe ja schon auf der Minimap, dass sich hier was befindet. Guck mal. Ich habe einfach gar keinen Bock zu bohren mit meiner Spitzhacke. Weil, seht ihr warum? Genau deswegen einfach. Weil das so viel schneller geht damit. Die Big Eggs würde ich ja nicht nur noch usen, ey. Wenn ich jetzt out of, weiß ich nicht was bin. Out of water. Wow, wow, wow. Hier ist ein Laser. Was machen die Laser hier? Würdet ihr wohl... Warte mal, wir haben kein Teleport-Ding, ne? Oh, das ist ja scheiße. Ähm. Wenn wir ohne Dings Teleporter unterwegs sind. Könnte das echt schnell enden hier mit unserer Tour. Oh, nee, ey. Okay, ich glaube, das Ding ist... Keine Ahnung. Das ist unsterblich, ne? Ja. Ja, das ist ja gut, ne? Hm. Ich brauche ja nicht mal irgendwas hier zu versuchen. Ich brauche dieses Ding. Scheiße, ich hätte... Nein, oh. Ich muss nach oben, Leute. Oder zumindest irgendwo hin, wo ich... ...wieder sowas in greifbarer Nähe kriege wie ein Teleporter. Ich sehe... Du kennst die Shit, so. Hallo? Oh, das ist aber geil. Hallo? Laser, gib mir meine Kugeln. Yeah! Gravitonium. Boah, ey. Wie viel Cash ich machen könnte jetzt, ne? Mittlerweile. Was ist hier eigentlich? Nichts Besonderes. Da ist irgendwas von... Irgendein Erz auf jeden Fall drin. Was ist denn das hier jetzt gerade gewesen? Wir gehen hier mal lang, weil hier ist es, glaube ich, sicherer. Wow, was ist das für ein Ding? Hui, dunkle Materie. Was ist es sonst wohl noch alles gibt, ey? Oh Gott. Yes! Ein bisschen Flamme. Muss sein. So, das Ding ist kaputt. Guck mal, das Ding, das gräbt sich immer weiter vor, ey. Ja, wenn sich das Ding bewegt, dann habe ich irgendwann mal bald Arschkarte. Oh, nee, 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 nee. Warte mal. Kann das eigentlich seine Richtung auch ändern? Nein! Oh my god. Shit! Ey, Onkel Joe. Cranky, meine ich. Gebt mir mal ein bisschen Teleporti. Ich muss ganz schnell nach unten. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Das dauert viel zu lange. Die Hälfte meiner Money ist weg, aber scheiß auf unser Money, was wir haben. verloren haben. Ich meine, also nicht scheiß auf unsere Money, was wir verloren haben. Ich meine, guckt auf unseren Money. Ja, was wir hier verloren haben, ne? Also, was wir wegen dem Repertoren verloren haben. Auf diesen Money können wir scheißen. Au! Aber nicht auf dieses andere Money, wenn ihr versteht. Wisst ihr? Das ist, was wir wirklich, wirklich verloren haben. Da gedroppt haben. Shoot! Nein! Fuck, dies. Wo bin ich lang gegangen? Ich muss jetzt nur nach unten kommen und das Leben. Das ist, ja. Fall für sich. Ja, natürlich. Ich bin gleich wieder tot, bevor ich unten bin. Aber auf jeden Fall werde ich sterben, bevor ich unten bin. Ich werde sterben. Hallo? 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 Was ist das? Macht das hier nach oben Laser? Ne, nach unten, ne? Ja. So, okay. Wo genau bin ich jetzt hier lang? Ja, gut. Warte mal. Das kann ich hier einsammeln. Wieso habe ich das nicht eingesammelt? So, wie mache ich das jetzt hier am besten? Oh Gott. Guck mal, da unten. Da ist noch mehr Zeug. Haben will, haben will, haben will. Achso, warum? Pff. Dämlich. Sorry. Üh. Üh, was ist denn das? Ey, 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 ey. Übertreib mal nicht. Was ist denn hier los? Hui. Ähm. Moment. Da unten ist mein Stuff. Seht ihr das? Aber wie komme ich denn da lang? Hä? Okay. Okay. So, so ist eigentlich ganz in Ordnung. Hier kann ich mich runtergraben. Ich glaube, ohne irgendwelche Befürchtnisse zu haben, oder? Dass ich sterben gehe. Ich glaube schon, eigentlich. Ich könnte es eigentlich schon so ein Port-Ding machen. Und schon mal abhauen. Also, just in case. Aber irgendwie, ne. Wisst ihr? Irgendwie, ne. Ja, komm, machen wir das doch einfach genau hier hin. Oder hier hin. Genau, machen wir das hier hin. So, Porticus. Ne, das wollen wir noch nicht. So, guten Morgen. Ich weiß. Gute, gute Morgen. So, äh. Guten Morgen, lieber Morgen. Ich hole mir noch einen Teleporter. Falls ich ihn später irgendwann nochmal brauche. Hm. Genau. Ja, genau. Das wollte ich genau nicht machen. Genau, da wollte ich durch. Da wollte ich durch. Ja, komm. Scheiß drauf. Ich will hier durch und mein Stuff haben. Alter, leck mich am Arsch. Like, give me. Ach, am Arsch, ja. Mac, leck mich, like, like, am Arsch. Leute, ich muss unser Money. Ich muss unser Money, was wir haben. Guck mal, hey. Das ist ja immer noch Stuff. Ist das noch was übrig bleibt, oder was? Habe ich so viel Geld, oder was? Komm, hier. Leck mich am Arsch. Ey. Blödes Mistvieh. So, Moment. Wie komme ich jetzt ein bisschen denn hoch? Ah, ich habe eine Idee. Yeah. Okay, das ist nicht genug Power gewesen. Definitiv nicht, nein. Ey, komm. Ich komme jetzt an diese dämliche Stelle da oben gar nicht mehr ran, ne? Wie soll ich denn jetzt hier noch nach oben kommen? Gesund und munter, meine ich. Wie soll das gehen? Kein Platz. Ja, das ist schön. Guck mal da. Wir kommen genau an dieser Stelle nicht mehr weiter. Ja, jetzt habe ich hier eh einen neuen Porter hingestellt. Ist überhaupt keine Verschwendung gerade gewesen, aber okay. So, Verbesserung freigeschaltet, Hypertank, Superrüstung, Superrüstung. Geile Sache. Spiel gespeichert. So, ähm. So, warte mal, von dem brauche ich gar nichts mehr, oder? Ich habe doch bei dem alles, ne? Dicke Rüstung habe ich zum Beispiel nicht. So, guck mal, holen wir uns das zum Beispiel, Supertank. So, guck mal, so geht alles schwinden, ne? So, das Wassersiegel habe ich noch nicht. Dann kriege ich ja Wasser aus, äh, ja, Quellen aus Tümpeln. Wasser aus Tümpeln raus. So, Moment, ich glaube, für dich habe ich gar kein Geld zur Rubin-Picke. Doch, habe ich. Wundert mich. So, V-Schlag. Habe ich das nicht schon gekauft? Das mal Laterne, dafür habe ich kein Cash gerade im Moment. Komm, später nochmal. So. Jetzt. Serious Business, Leute. Hörs Maul. So. Jetzt holen wir uns alles, was wir wollen. Oh, ja, 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 ja. Da hat man das Ding nicht mal gesehen, weißt du? Und das greift uns an. Komm her. Wir haben jetzt eine Schürr-Picke. Weißt du, was du gegen die machen kannst? Nix. Ey, komm, ey. Danke. Danke. Das ist ja... Uah, uah, uah. Uah, uah. Uah. Hallo. Hallo. Guck mal, da unten ist eine Höhle. Da muss ich hin. Das ist storybedingt. Geh kaputt. Oh, oh. Üh. Guck mal, hier ist ein Porter. War ja klar. So, ich gehe aber nur durch den Porter, um... Äh, mir meine Gesundheit kurz aufzufreschen, weil das kostet ja nie Geld. Oder doch, das kostet Geld. Höh, aber so viel? Achso, ich habe einfach gar kein Geld. Ah, so sieht es aus. Gut, ähm. Alter, hier gibt es viel zu viele Ressourcen, die ich hier verpassen kann. Ey, ich sollte das lieber alles einsammeln. Naja. Bam. Bam. So. Guck mal, besonders sowas, ey. Geil. Geil. Boah, ich kann nicht widerstehen, Leute. Ich kann aber nicht widerstehen. Ich muss hier das alles einsammeln, wenn ich hier alles so sehe. Und an jeder Ecke gibt es hier was. An jeder. Oh. Holy shit. Holy moly shit. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Guck mal, Diamant. 500 Dollar. Ich glaube es nicht. Boah, boah, boah. Komm, gib... Oh, was? Oh, geil. Leute. Money. Money. Money, money, money. So funny. Leute. Au. Hey, was soll das denn? Ha! 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 Nein! Hat ihr denn das Wahnsinns? Nein, 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 nein. Ja, komm, leck mich am Arsch. So, puh. Jetzt kann ich mir aber mindestens hier an solchen Teilen reinsetzen. Wusste, ich hätte bestimmt sowas schon vergessen. Komm, zu mir, genau. So, dunkle Materie, aha. So, wie komme ich jetzt da hoch an der Stelle? Oh, okay, warte. Hm. Das macht es gerade im Moment schwierig, da irgendwie hochzukommen. Auch da oben. Scheiße, dann so viele Sachen. Ja, ich weiß, dass es ein Geheimnis ist, meine Güte. Ah, ah, ah. Fuck. Nein. Tausschlag. Bam. Äh. Mach dich vor Macker. Tada, das ist meins. Guck mal da. Oh, nein, nein, nein. Ah. Hallo. Hallo, du hast die Flamme des Lebens. Ich nehme sie. Du brauchst sie nicht? Ich nehme sie, yo. Welche die Diamanten sind. Leute, cash. So much cash. Oh my God. Ich glaube es nicht. Guck mal hier. Guck mal, wie viel Kerl das ist. Guck dir das an. Hydrauliköl. Oder sowas irgendwie. Nikör. Niköl. Ich habe nicht genau gelesen, was da stammt. So, guck mal, Diamantspitzacke. Hyperbohrer. Plus vier zu Bodenschaden. Der Hyperbohrer schneidet selbst durch Diamant besetztes Platin ohne Federlesens. AK, aber trotzdem. Überbeutel, das ist schon klar. Hydrauliköl. 50% schnellere Dampfschlagaufladung. Mit der richtigen Schmierung lässt sich das Ergebnis optimieren. Mhm. Dafür braucht man aber ordentlich diese komischen Kugelchen. Das ist das Problem. Guck mal hier. Gönnen wir uns einfach mal dies hier und das hier. Und den V-Schlag. Und den Hammerschlag. Nein. Hammerschlag können wir jetzt nicht gönnen. So, gut, dass wir das Geld schon mal ausgegeben haben. Dann können wir nicht so viel verlieren, wenn wir sterben. So, ähm. Aber, Moment. Vielleicht gibt es hier noch das eine oder andere an Erz, was wir hier aufsammeln können. Können. Komm her. Na, dann nicht. Wah. Ja, geschieht mir recht. Wieso, wie komme ich jetzt in die Wand am besten rein? Warte mal, ich kann das Ding kaputt machen. Das geht doch nicht so weit, oder? Fuck, dann kann ich es nicht kaputt machen. Dann habe ich gelitten. Oh, guck mal, was da ist. Ich glaube es ja nicht. Ey. Die sind gemein. Geh weg. Hau ab. Mach mal lieber das hier kaputt. Ey, du sollst das Ding kaputt machen, Mann. Guck mal, dann mache ich das lieber so kaputt. Geht tausendmal schneller als mit. Gut, dass ich keinen Schaden bekomme. Kack drauf, kack drauf, kack drauf. Ah, ne, danke. Hat sich das gerade selber zerstört? Ipso, dann ist geil. Ja, das Ding ist auch kaputt. Boah, haha. Gib mir alle eins da. Wah. Was ist das eigentlich da mit auf sich? Ja, okay. Kehre zur Stadt zurück. Ach, Moment. Ich soll extra noch... Ach, okay. Dann muss ich da oben nachfragen, wie ich hier den Laser-Dierkriegeln kann, oder was? Ah! Ey, was sind das für Scheißteile? Was sind das für Scheißteile? Jetzt mal voll im Ernst. Nein! Brandale-Teile. Okay, Moment. Wie komme ich hier am besten hoch? Speedy. Oh, oh, yeah. Wir haben den Jump gesehen, Leute. Das war der Jump der Jumps. Hinter jener Tür könnte sich durchaus das verbergen, weswegen du hergekommen bist. Wenn es drei Barrieren gibt, müsste es auch drei Generatoren geben, nicht? Du musst sie alle finden. Hä? Könnte auch sein, dass von einem Generator drei Barrieren ausgehen, oder? Du musst sie alle finden. Vielleicht solltest du dich auch in den oberen Schichten umsehen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Biester so wild sind. Störe die Generatoren. Oben soll ich mich umschauen? Das heißt, ich soll hier durchgehen. Ja, willst du von mir? Okay. Das ist ja interessant. Ich muss hier... Ich will von dir diese Teleporter-Kacke kaufen und das hier. So. Gott, ich soll mich da so umschauen. So, guck mal. Hier müsste ja alles instant, instant kaputt gehen. Boah, wenn ich mir überlege an die Anfänge hier, ne? Guck mal. Bam, 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 bam. Wenn ich hier so mache... Ja, das ist ja genauso wie... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist so, als ob man Level 70er gegen Level 1er spielt. So ist das gerade im Moment. Boah, Alter. Guck mal, wie schlecht das Zeug ist. Es ist einfach mega schlecht. So, was könnte denn hier sein? So. Boom, boom. Alles klar. War wir hier nicht schon mal ganz am Anfang mal drin? Ich glaube wohl, ja. Ja, Mann. Ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall mal drin. Vor einer gewissen Zeit. Moment. Ups, Alter. Moment, Schipiel, warte. So. Haha, haha. Und ganz... Hat sich das wirklich schon immer hier oben befunden? Dann denke ich mir aber nur, WTF. Spiel, du bist genius. Äh, kack mich an! Hier, lag mich. Guck mal hier. Ha, 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 ha. Bam, auseinander habe ich dich genommen. Oi, ei, 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 ei. Okay. Was befindet... Wie komme ich eigentlich... Oh, warte mal. Yeah! Wie komme ich da unten durch? Aha! Ich habe es doch genauer gesehen. Hey, stopp, warte. Da unten ist ja das gleiche hier. Gleiche Phänomen. Wie komme ich denn dann... So, wie komme ich denn jetzt an den Ort hin? Ach. Das ist logisch. Ich bin ein Idiot. Guck mal hier. Einmal sich vom Laser packen lassen, dann kommt man auch hoch. Äh, lohnt es sich das da lang zu gehen? Ja, da ist irgendwie so ein Erz. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Cool, dass du das Ding hier kaputt machst. Ich gebe dir! So, wie mache ich das so ein bisschen jetzt kaputt hier an der Seite? Hm.